Es regnet. Nein. Wie nein? Ich sehe es doch. Du siehst es auch. Du kannst dir einfach sagen, dass es nicht regnet. Aber es regnet nicht. Bist du denn komplett Kernbehinder? Nein, aber es regnet halt nicht. Doch, natürlich. Siehst du das nicht? Nee, ich bin blind. Ach so, äh, sorry. Hörst du das nicht? Nein, ich bin taub. Ach so, ähm, sorry. Ist okay. Okay, das tut mir leid. Das hab ich nicht gewusst. Also wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Und dir ist das nie aufgefallen? Nein. Mann, Props an dich. Du bist so tolerant. Dir fallen die Behinderung noch nicht mal auf. Ja, ja, ja. Ach, genau, so ist das. Was ist wie? Ich bin so tolerant, dass ich deine Behinderung nicht gemerkt habe. Hm? Ach so, ah, ja, ja, ja. Okay, okay, ja. Aber war nur ein Prank. Was war ein Prank? Ich bin nicht taub und auch nicht blind. Ich bin ein Kind. Ah. Nicht? Nee. Aber ich dachte, ich bin tolerant und ultra-OP. Tja, da hast du falsch gedacht. Das habe ich wohl. Ja, du, Drexsepp. Und es regnet nicht. Doch, es regnet. Nein, es fizzelt. Was? Es fizzelt. Es regnet nicht. Ist doch das Gleiche. Nein, fizzeln ist kein Regen. Doch, natürlich. Nein, natürlich nicht. Du hast mich eben schon geprankt, glaube ich dir nicht mehr. Du hast mir auch schon vorher nicht geglaubt. Ja, aber jetzt habe ich noch mehr Gründe, nicht an dich zu glauben. Aber du musst an mich glauben, sonst bin ich machtlos. Wie machtlos? Es regnet nicht. Glaube mir. Denk nicht nach und vertraue mir. Nein, aber ich sehe doch, dass es regnet. Hast du eben gesehen, dass ich blind oder taub war? Nein. Wozu brauchst du denn jetzt deine Sinne? Vertraue mir. Nein, ich darf nicht zwang zu groß. Nein, du darfst. Vertraue mir. Glaube an mich. Folge mir. Nein. Doch, es ist alles gut. Gut, du schaffst es loszulassen. Ah. Ja. Okay, ich folge dir. Ich heiße Jinepthas auf YouTube, TikTok und Instagram. Ich freue mich auf sein Abo. Schönen Tag noch. Warte, was? Wo bist du hin? Nein. Mein Leben ist nun sinnlos. Suizid. Ende.